Hey Leute, ein Crusader hier. Willkommen zu Dark Souls. Tja, der Sommer hat jetzt langsam angefangen in das Land einzusehen, aber das ist in Pragi leider wurscht, weil der muss jetzt runter in die Depts gehen. Das letzte Mal war das leider ein kleiner Fail. Ich habe zwar den Capra demonstriert, mich schnell fertig gemacht dafür, war das halt dann eher eine beschwerliche Reise runter. So, ich schau jetzt nochmal schnell. Aha, aha, aha. Passt eher das fast, schon, ja. Da haben wir schon wieder ein Blut. Warum ist da ein Blutfleck? Wer schafft sich im Feierungschein umzubringen? Schau mal, was hat der gemacht? Okay. Ich glaube, der hat das... Okay. Was? Von wem ist der da erstochen worden? Normalerweise PvP ist da, glaube ich, nicht möglich, so weit ich mich erinnern kann. Wahrscheinlich war das einfach nur ein Spindelus, ich glaube, ich greife den NPC an. Man kann das natürlich machen, gleich am Anfang. Nur wenn man ein neuer Spieler ist, wird der NPC einen wahrscheinlich umbringen, ohne größere Probleme. Naja. The more you know. Hui, und Backstab ist das nicht schön. Da hinten scheint auch die Sonne. Das bringt nichts. Nope, das war keiner. Egal. Wenn wir dann weiter unten sind, bei den... Oh, nein, jetzt brenne ich ein bisschen. Hui, das geht auch in einen Schlag. Schaut, so, dann bekommen wir. Toll. Na, ich werde dann auf jeden Fall gleich einmal die Magic Weapon dann ausprobieren, sobald wir in den Depts sind. Einfach nur, weil ich dann vielleicht diesen Slime-Fiechernd auch mehr Schaden mache. Und die muss ich irgendwie beten, dass die runter springen. Und mich nicht so wie beim letzten Mal, wo ich es fast geschafft habe, dass die mich dann abholen. Und das war natürlich nicht so toll. Jetzt bin ich dann schon bei der Ratte da nachher gestorben. Ich glaube, dass ich nicht gecursed worden bin, muss man ja sagen. Aber, äh, okay. Was sagt, hast du es lassen? Na, die ist durch den Raum geflogen, weil sie sich mag. Keine Ahnung. Naja, egal. Wir werden weiter. Gut, ähm, ich habe jetzt den Schlüssel schon bekommen, weil er war es letztes Mal bei dieser fetten Ratte, die wir umgebracht haben. Da kann man oben einen Schlüssel finden, mit dem man einen Bonfire in den Depts freischalten kann. Also freischalten, damit man die Tür öffnen kann. Weil normalerweise ist das nicht da. Und natürlich ist es, äh, dementsprechend hilfreich, weil man diesen ganzen Weg vom Feilungsschrein durch die Arnded Burg wieder runterrennen muss bis in den Depts. Da wird mehr alt und grau, bevor man irgendwas gemacht hat. Und überhaupt, wenn man mal, okay, wenn man mal gecursed ist, ist das sicher irgendwie ganz lustig. Weil da kann man schneller sich wieder, ähm, Sachen kaufen, wenn man nicht gecursed was spätestens. Wenn man dann runter nach Blythe town will, ist das Ganze, wow, eine ewige Tortur, ein ewiger Marsch. Warum gehe ich eigentlich gerade da hin? Da muss ich ja gar nicht hin. Na, okay. Ah, ein bisschen verwirrt. Zack, zapp, 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 das war's mit dir. Genau. Und jetzt da vor uns natürlich die Tür, wo wir rein wollen. Wenn wir schauen. Oh, also gut, ja, jetzt ist es wieder Standard. Jetzt kommen die tausend Gegner, wo man aufpassen muss, wenn man die alle, ah, nehmen wir den, den normalen Soul Arrow, genau. Wenn man die Gegner für alle nachgemütlich umbringen muss, sicherheitshalber. Ah, Adventure hier. Ich glaube, das ist eben das Problem, wenn man, also wenn der jetzt von oben hergerannt wäre, hätte ich den wahrscheinlich getroffen. Aber da ich oben stehe und runter schießen muss, äh, wird dann wahrscheinlich der, weil das ein bisschen verzögert ist, natürlich, bis das Geschoss wegfliegt, ähm, dauert das und der wird einfach über ihn drüber fliegen. Das ist natürlich nicht das Ideale, was wir wollen. Hui, da hinten ist, was ist das? Man findet immer Sachen, die man vergessen hat, wenn man schnell zum Bohren fährt will. So, was ist das? Oh, ein Soul of a Nameless Soldier, okay. Der arme, armenlose Soldat, ehren wie ihn, indem wir jetzt die ganzen anderen Hollowed Epis töten und dann es vielleicht sogar zum Bonfair schaffen. Oh, ich denke, langsam den erwischen wir. Bam, yeah. Der Nächste. Und, und, der Nächste. Ah, ein bisschen, ein bisschen überwegen sie sich ja schon, aber halt, das Horizontale ist nicht so das wirkliche, das Waagrecht, da geht's. Ähm, na, hab ich jetzt ein blödsinngerät? Na, passt schon. Ha, im Schwung sogar. Aber das machen wir jetzt nicht. Dann ist ganz normal die Axt. Okay. Eigentlich, muss ich da durchgehen, aber das kann mir doch auch komplett wurscht sein. Ja. So. Warum kämpfe ich mich da immer durch? Na gut, so, jetzt wird's natürlich interessant. So, lieber mal vollhören, weil jetzt kommen die fetten Viecher. Ja, naja. Na, gehen wir mal, schauen wir, wie wir das schaffen. Da ist einer noch, der wird schnell, zack, stochen, so. Draußen scheint die Sonne und da unten brennen die Fackeln, so ist das. Na ja, können wir nichts machen. So, und jetzt wird's gar nicht da oben. Diese ganzen grauslichen Blobs. Ich renne jetzt einfach nicht durch, sondern genau. Ich gehe langsam. Huh, 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 genau, jetzt, jetzt, jetzt. Also, ich habe gesagt, ich probiere das aus. Und ich habe vergessen, so kann ich das natürlich nicht tun. Oh, habe ich nicht, habe ich sicher noch einen Kataklyst, ja. Was? Magic Weapon on. Vielleicht auch mit denen wir schauen, weil mit Physical Damage macht man diesen Dingen, glaube ich, also ziemlich fast keinen Schaden. Oh, ein bisschen mehr ist auf jeden Fall. Weil, die haben auch nur eine wirkliche Attacke, die irgendwie gefällig werden kann. Aber wenn sie von da oben runterfallen, und, hey, man passt nicht auf, oh, jetzt sind sie einfach so runtergefallen. Probieren wir aus und soll, ob das mehr Schaden macht. Auch nicht. Was, der, die sind einfach, na, okay, ah, jetzt habe ich Magic Weapon, ist es nicht mehr. Okay, wir haben, ich glaube, 32 Schaden macht, sind wir 22. Also sind ungefähr 10 bis 14 mehr. Wenn die einmal unten liegen, kann man denen dann leicht ausweichen, wenn sie versuchen anzugreifen, sich so aufräumen, was sie jetzt gerade probiert haben. Ups, ah, ist jetzt tot. Aber wenn sie von einem oben rauffallen, ich glaube, das war es, nein, das sind noch ein paar. Ah, genau, das war jetzt das letzte Mal gekommen, bis ich gestorben bin. Einfach ein bisschen warten. Wenn ich da jetzt gerannt, hätte mich das sicher einer wieder erwischt. Das ist noch ein Blutdruck von einem anderen. Wenn ich den an das Phantom anschaue, bin ich ziemlich sicher, dass der Typ, ah, kann ich den, den kann ich abschießen. Sicherheitshalber, dass der nicht in die Quere kommt, aber ja. Wenn ich mir den Blutdruck anschaue, bin ich sicher, dass man sieht, dass der Typ aber auch einfach durchgerannt ist und von oben sind die dann gekommen und haben gesagt, nom 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 und haben ihn gegessen, ja. Ist so üblich, ist wie? Der war gerade oben, nein, okay, geil. Ah, weg, 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 nein, 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 okay, gut, uh, 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 uh. Er hat mich nur normal gehaut, passt und wieder weg, und wieder weg, und wieder weg. Ein bisschen unresponsive heute, der Pragi, der mag auch nicht zurecht, der will auch nicht schon weiter. Ui, Humanity-Mans bekommen. Das mit dem Humanity-Gain erscheint random, es ist, ja, also es ist eigentlich nicht random, aber ich weiß, was los ist. Schaut, da ist einer, was macht der? Ja, genau. Das ist die Animation, was hat der für ein fettes Schwert? Na, egal. Das ist die Animation, wenn so ein Ding auf einem drauf fällt und man gegessen wird, langsam, ja. So ist es und jetzt, da, 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 use zero chamber key, und da hinten ist es das lange wartete Bonfire. Oh, yeah. Gut. Uff, jetzt haben wir einmal, äh, schwierigen Tag schärft. Uh, ah, genau, 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 so, jetzt überlege ich nur, ob ich es riskiere. Ja, ich riskiere es einfach so. Also, ich gehe jetzt in Human-Form, das heißt, ich habe eine höhere, äh, Chance, Items zu finden, ne? Ich kann andere Spieler beschwören, Problem ist, jetzt können mich andere Spieler auch angreifen, also invaden. Und hier in den Dabs wird das sehr gerne gemacht, weil der Boss, also die Dabs sind, wie gesagt, eher optional. Man muss sie nicht unbedingt machen. Deshalb können natürlich die erfahrenen Spieler skippen die einfach komplett und machen dann sofort einfach den, ah, der kommt jetzt auch auf uns zu, oder? Machen einfach, also gehen einfach nach Pleiton, machen halt ganz normal den Rest. Aber, das Problem hat erwischt man, so, na, bloß, na, so, das war irgendwie hoch. Na gut, warten wir ein bisschen an, wie sie können. Na, auf jeden Fall, also die Wache einfach dann, da ist er, tschüss. Die überspringen das einfach, machen ihn nach Pleiton runter und fertig. Das, natürlich haben sie ja den Boss, invaden kann man einen anderen spüren nur, wenn man in einem Gebiet, also, wenn ich zum Beispiel, ich jetzt invaden will, ich könnte das, weil ich habe in dem Gebiet den Boss noch nicht umgebracht. Und daher kann ich ihn auch invaden, so, ich glaube, wenn ich da unten jetzt gehe, kann ich denn da unten das, die Tür, kann ich die da aufmachen, oder kann ich die von der anderen Seite, ah, die muss ich von der anderen Seite aufmachen, alles klar. Ja, weil das, das wäre dann hier der Shortcut zum Boss. Okay, muss ich da mal irgendwo anders runter. Ah, ich muss auf jeden Fall einmal ins Reich der Basilisken gehen, oh, weil das hasse ich. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das geht eben nur, wie ich schon gesagt habe, wenn man eben den Boss nicht umbracht hat und wenn man in der Human-Form ist. Weil wenn man einen Gegner, ups, wenn man denjenigen umbringt, den man invadet, nein, nein, mit einem Schlag gepäusen, ist das jetzt wirklich wahr? Alter, nein, das ist ja eine Chance, heißt wirklich, wenn ich jetzt sterbe wegen dem Blut, nein, nein, in einem Schlag. Oh Gott, da muss ich da so aufpassen, das ist ja nicht einmal lustig. Boah, in einem Schlag, und das dauert auch so lange, wenn man es eh setzt, da unten, das ist das mit dem Tropfen, das ist ja jetzt wirklich die Great Axe, super. Unten mit dem Tropfen, das ist, solange das Gift noch hält und meine APP schwindet aber viel zu schnell. Ja gut, da bleibt man sich so übrig, ich gehe einfach zurück zum Ding. Und weil dann wird das Poison automatisch gecured, muss ich jetzt nichts großartig einsetzen, schnell, schnell schaffst, bevor du stirbst, bevor du stirbst. Nein, was, ich kann es nicht nehmen. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Ich finde das nicht lustig. Warum, warum habe ich jetzt nicht auf das Bonfire gehen können? Oh Gott, ich habe das mit dem Moment ja nur gemacht, weil, da war es hier noch irgendwo gegen... Normalerweise kann man ein Bonfire nur nicht aktivieren, wenn noch Gegner in der Nähe sind, aber... Vielleicht für irgendeinem Blödsinn, okay. Boah, Alter, wurscht, machen wir das trotzdem. Ich möchte es nicht mehr machen, weil... Der einzige Grund, warum ich hier jetzt so dumm bin und in die Human Form gehen will, ist, dass... Wenn man hier, also unten weiter herum rennt, in der Human Form, ist ein automatischer Invade, und zwar von Dark Knight Kirk. Das ist auch, wenn man offline spielt, also jetzt nicht online, aber auch in der Human Form ist. Dann kommt der Kirk an drei Stellen im Spiel vorbei und invadet einen, und wenn man alle drei Male tötet, bekommt man dann später, kann man dann seine komplette Armor finden. Die Armor of Thorns, oder wie der heißt, die ist ganz nett. Okay, gut, der ist ja nichts, jetzt weiß ich, da gehe ich schon nicht entlang. Da irgendwo kommt dann der Kirk, ich bin mir nicht sicher, ob er da kommt. Ich bin nicht mit einem Schlag um, das ist ja fast gefährlich. Oh, ich habe, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, ich habe das Spider Shield. Das hat erhöht, glaube ich, das ist doch das. As-Resistance to Poison, ja, dann werde ich mir das jetzt nehmen. Sicherheitshalber einfach. Ich muss dann immer anders hingehen, dass ich dann von Kirk invaded werde und dass dann auch die Basilisken komme. Und das Problem ist, die Waffe, die ich jetzt habe, ist ziemlich schwach. Und wenn ich die Basilisken nicht 1 oder 2 hitten kann, wird das extrem gefährlich werden für mich. Na schau, jetzt hat der mich kaut und es ist nicht einmal ein kleiner, ein kleiner Balken kommen von dem Poison-Ding, was normalerweise kommen wird. Ah, das ist cool. Das finde ich schon besser. So, na gut. Gehen wir mal weiter. Jetzt aufpassen, dass ich da links runterfalle. Es gibt ja immer wieder so Schächte. Die kann man leicht übersehen, wenn man runterfällt. Fällt man in 9 von 10 Fällen. Okay, das ist jetzt glaube ich da, wo der Zauberer ist, oder? Ich hoffe, dass das das ist. Ja genau, da ist der Zauberer. Der Zauberer ist böse. Den kennt ihr ja schon. Und wenn man diesen Zauberer hier nicht tötet, bevor man zu einem Boss geht, kann man während dem Bosskampf den Boss buffen. Und das wollt ihr nicht, weil das ist jetzt eher ein fetter, böser Drache. Also ob das nicht schlimm genug wäre, nein. Nein. Hat nicht fertig. Oh, okay, jetzt habe ich schon zu viel Herkrankung gehabt. Um sich gar nicht herauskriegen. Und jetzt tot bist du. Und die fetten Ratten. Und hast du... Nein, er hat nicht den Trident getroppt. Schade. Es ist schade. Gut. Ich hoffe, kann ich die One-Hit? Nein. Ja, und genau, wenn man jetzt von unten angreift. Aber ich kann sie so einzeln herziehen. Das ist natürlich auch was. Weil, großer Rat hätte die jetzt gebufft, wären die auch viel böser natürlich. Hm. Aus. Böser Ratten. Geht's mit einem Great Soul Arrow? Wo bringe ich die komplett um? Na, ich glaube auch nicht wahrscheinlich. Okay, die rennt jetzt sowieso hier. No. Ratte, Ratte, Ratte. Ups, ja, greift die Reling an. Die hat je nichts getan. Was ist mit dir? Ein Great Soul Arrow bringt dich das um. Uh, der hat auch ordentlich Schaden gemacht, aber gerade ums Euterl nicht. Ums Tolle. Aber die machen nicht so viel Poison Damage. Vielleicht war das Feuer. Nein, Bug war das nicht. Das war einfach nur Pech. Und ja, Humanity hast du gedroppt. Ja, weil Ratten droppen manchmal Humanity. Das ist ganz logisch, oder? Hm. Hm. So, jetzt gehen wir da hinten hin. Da hinten liegt auch noch ein paar Sachen. Gut, jetzt haben wir, wie gesagt, und der, der Zauberer ist genau wie in Undead Parish. Der respawnt nicht, Gott sei Dank. Ähm, die Zauberer gibt, ist eigentlich nur dann beim Seath. Beim Seath des Scaleless und, genau, Large Satinenshirt. Und dort, ja, da ist es aber okay. Da unten sieht man schon die Boss Arena. Da werden wir dann kämpfen. Ich werde jetzt in dem Video aber nur mal alles, also, Freischalten, vorbereiten, sei ich jetzt mal so weit, dass es dann alles okay wäre. Du weg. Ja, ich muss, ich muss wohl überraschieren, dass ich da runterfalle, dass ich dann diese andere Tür freischalte. Das geht, glaube ich, als Problems. Ich weiß nicht, wo ich runterfallen kann, wo dann eben keine Basilisken sind und wo sie dann doch sind. Ich weiß nicht, soll ich es probieren? Leute, was sagt's hier? Ja, ich werde es bereuen. Ich sage, ich sage jetzt schon, ich werde es bereuen. Und da sind sie schon. Oh Gott, wie Frösche. Two-Hitten, ausgezeichnet, ich kann sie two-hitten, passt. Hur. Gut, ich kann sie two-hitten. Das ist alles gut. So, man sieht, er hat sich da den Bauch aufgebläht. Oh Gott, und da sind die Nächsten. Da unten kann man auch einen Ring finden, der, ich glaube, Ring of the Evil irgendetwas, Evil Eye oder so. Mit dem kann man im Prinzip, was kann ich sie da durchhauen? Das ist für mich uhrtoll. Ja. Komm nochmal. Nein, nein, nein. Oh, die können den Scheiss machen. Ja, das ist ja böser Rauch. Wenn ich da drin zu lang stehen würde, dann wäre ich gecursed. Und das ist nicht lustig. Ich gehe hin und heue nochmal. einmal aber von denen kam auch Eis of Deaths Farmen, also die droppen das manchmal, das was man braucht, um das Mieter zu kommen, ne cool na nicht, egal, auf jeden Fall da unten ist es, genau, wenn man da jetzt doch weiter gehen würde sind dann viel mehr, wo ist der jetzt hin, gerade der nette Frosch, ich nehme das auf jeden Fall und dann gehe ich zurück ja, weil ich möchte, ehrlich gesagt, dass der Ring ist mir nicht so wichtig, dass ich das riskieren will, sie versteinert werden, gecursed wird, ehrlich gesagt, so ich glaube da sollte es dann auch bald sein, dass dann der Dingsy kommt, ja genau da ist es dann, wo der Kirk kommen wird nicht invaded ziemlich sicher da jetzt irgendwo da kommt der Box wieder raus, oder? Nein, von der anderen Seite zwei fette Ratten, oh Gott, hau sie einfach und nochmal, ja genau, da haben wir es jetzt, oh Gott da, Dark Knight, Kirk invaded und er bekommt als Gebrüßung gleich einmal ein Backstab, ja, also wie gesagt, das ist gescriptet vom Spiel her, der Kirk, der ist ein Charakter und man kann ihn eben dreimal besiegen, wenn man dreimal umbringt, man kann aber dann auch die Chance während den 3 Conters, dass man sein Schild oder sein Schwert droppt, aber sonst bekommt man, wenn man dann dreimal wirklich umbringt eben den Ersten Rüstung und man kann ihn nicht immer umbringen, das heißt, wenn sie jetzt quasi schon da in der Gegend fertig seid, dann habt ihr Bech dann wieder nicht mehr spawnen, er spawnt nur wenn man jeweils hier in dem Debs, oh ah 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 wenn man natürlich den Firesage, den wir noch nicht umbracht haben, oder, ne, Firesage oder der Centipede, ich bin mir nicht sicher, und dann in Lost Izalith kommt, ja, doch, in Lost Izalith kommt er auch noch einmal. Also der hat eben mit der Storyline von den, von der Witch of Izalith und ihren Töchtern und so zu tun. Aber da kommen wir später noch hin. So, gut, jetzt habe ich eigentlich das gemacht, was ich machen wollte. Das ist quasi ein Hauptgrund der Anführungszeichen. Das nächste, was ich machen will, ist jetzt die eine Tür freischalten, dass wir dann zum Bosskampf schnell kommen. Ich glaube, ja genau, passt, da bin ich hier richtig, super. Da ist wieder so ein Blob, der interessiert uns aber nicht, da sind dann Paraten, da ist wieder ein Blob. Und da sind wir auch gerade ein Phantom, das kämpft von, also einem anderen Spieler. Ah, den haben wir nur kurz gesehen, okay. Ah, da sitzt auch der Lustige, der von Ing, Dawnwall of Xenna, genau. Genau, ja, da kann man lustige Sachen kaufen, Goldpanel, da habe ich noch ein bisschen die Crystal-to-Crystal-Geschichten. Das Problem ist, die sind ziemlich stark, aber man kann sich reparieren, sie haben eine ziemlich geringe Haltbarkeit, wenn man das so sieht, so. Und man kann aber seine Sachen, die sind, haben ziemlich gute Cursed Resistance, das ist jetzt ja 18, 24, okay gut, 4, 5, 18, sind ziemlich gut, wenn man dann Seath bekämpft und man hat sonst nichts hohes, was gute Cursed Resistance hat, aber die sind ganz gut, da kann ich mir jetzt eigentlich nur den lustigen Hut leisten und der ist mir aber viel zu schwer und eigentlich auch eher wurscht. So, gut, na komm, Rati, Rati, Gustav, Glück, Glück. Na, Blob, ist mir wurscht. So, wo ist der Aufgang? Der Aufgang ist da, genau, da hinten ist er. Jetzt machen wir das gleich auf. Uppadu, genau, so. Jetzt rennen wir runter, 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 runter. Gut, und dann, ah, ah, Blob, ah, hallo, so langsam, oft hast du Pech. Oft hast du ein Pech. So, und jetzt sehen wir dann den ersten Drachen-Boss, den wir in Dark Souls angehen werden. Oh ja, oh ja. Mein Drache, ja, ich meine, der Gaping Dragon, natürlich, er heißt der Gaping Dragon, er ist ein Drache, aber er ist mutiert. Es wird jetzt schon sehen, wie, in welcher Art er mutiert ist. Man sieht es ihm wirklich leicht an. Ich glaube, von der Story her ist es so, er war einer der, er ist ja kein Eternal Dragon, aber er ist einfach nur ein Drache, der durch seinen Hunger so krumpiert worden ist, dass er irgendwie, ja, nein, ich werde jetzt schon sehen, wie er ausschaut, so. Ich glaube, da liegt irgendwas, liegt nichts. Ah, genau, ich glaube, man könnte hier theoretisch den Lawtrak und den soll er eher beschwören als Hilfe. Problem, Lawtrak haben wir ja nicht gerettet, das ist ein bisschen sauer auf uns und deppert und angefressen. Ich glaube, den Lawtrak kann man da oben im zweiten Stock beschwören und dann soll er, genau, da, das ist, das ist das, was immer da ist, das ist vom Solar Air, da sieht man schon den netten Gesicht da mit der Sonne. Na, plötzlich, ich glaube, da hinten, genau, da hinten könnte man den Lawtrak beschwören, aber das ist natürlich nicht da, weil der halt böse auf uns ist. Gut, haben wir unseren Crossbook gefunden, naja, gut, Leute. Ich sage jetzt einmal, das war jetzt einmal das kurze, die Tabs, diesmal haben wir es geschafft und nur mit einem kleinen Gift-Fail und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.